Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Infovideo. Wir fangen an mit Wii U Daily für das Infovideo. Ich zeige euch alles nur für Wii U Daily. Hier liest euch das durch. Der schnell lesen kann, dann ist es gut. Bei so kann ich es jetzt auch nicht lassen. So. 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 Ich mache einfach schnell durchblättern. Ihr müsst das ja nicht unbedingt lesen. Ihr werdet auch schon an den Bildern. Vielleicht viel besser wissen als ich, was das ist. Pocket Turnament. Xenoblake Qualicus X. Es ist neue Amiibos. Das ist gar nicht schön. Wer zum Beispiel Suspensler Hilfe macht. GTA 5 hat die. Yoshi's. Yoshi's. Tal als GTA 5. Und Loads im Spiel. So. Okay, den Podcast können wir schon behalten. Ich zeige euch jetzt nicht alle News, sonst wird es zu viel. Dann tschüss. Wir leben. ?!